DigiNet ist ein echter Meilenstein. Wir erreichen super schnell unsere Mannschaft vor Ort. Wir verteilen in Sekunden schnelle Aufgaben und Neuigkeiten. In weniger als neun Monaten konnten wir die deutsche DigiNet-Lösung in allen 13 Expansionsländern erfolgreich einführen. Dies beinhaltet alle technischen und organisatorischen Veränderungen. Weiterhin können wir diese Informationen mit Bildern und Videos unterstützen, sodass sie viel verständlicher für unsere Mitarbeiter sind, als würden wir sie in rein schriftlicher Form zur Verfügung stellen. Wir nutzen DigiNet aber auch für uns unter anderem zur Verteilung von Dokumenten an unsere Filialen. Und auch im Bereich E-Learning. Den Informationsaustausch mit unseren Filialen Durch den digitalen Versand sparen wir Papier- und Portekosten ein. Formular und Berichtswesen werden hierdurch vereinfacht. Wir haben zudem einen einheitlichen Stand in allen Ländern. Mit der Übertragung von Daten haben wir auch sehr viel Zeit gespart. Mit einem Klick ist alles aktuell und für die Filialen und für uns einsehbar. Wir haben nun eine digitale Anwendung direkt zu unseren Mitarbeitern vor Ort. Hierdurch bekommen wir eine schnelle und unkomplizierte Rückmeldung direkt aus erster Hand. Das ermöglicht unserem Backoffice eine Prozessoptimierung, in denen Aufträge viel schneller und effektiver eingesteuert werden können. Wir haben schon viele Prozesse im Vertrieb optimiert und vereinheitlicht. Auch unseren Führungskräften stellen wir unsere Aufgaben digital zur Verfügung. Dies spart uns Zeit, Ressourcen und natürlich auch Kosten. Zudem erhöht es unsere Datenqualität und unsere Datentransparenz. In mein DigiNet-Dashboard kann ich auf Fial-Ebene oder für mein ganzes Gebiet einsehen, welche Neuigkeiten als bearbeitet bestätigt wurden. Des Weiteren kann ich im Dashboard den Erfüllungsstand von Aufgaben, Abfragen und Berichtsmaßnahmen einsehen. Aufgrund Systemtransparenz kann ich einsehen, welche Fialen noch nicht mit den Aufgaben begonnen haben. Mehrmals täglich prüfe ich am Tablet die aktuellen News über das DigiNet. Diese habe ich dann auf einen Blick und kann sie nacheinander bearbeiten. Für mich wichtige Informationen schiebe ich mir sehr gerne in die Favoritenkachel, damit ich sie später bei Bedarf wiedersehe und direkt bearbeiten kann. Zusätzlich zu den News bekommen wir von unseren Vorgesetzten oder aus der Zentrale Aufgaben gestellt. Diese bearbeiten wir anhand des Tablets und des DigiNets sehr schnell. Gerne können auch Fotos im Anhang mitgeschickt werden, damit auch die Leistungsübersicht erfolgt. In meinem Arbeitsalltag nutze ich täglich die Funktionen des DigiNets. Zum Beispiel beim Onboarding neuer Kollegen ist es hilfreich, dass ich Bilder und Videos direkt im Anschreiben dabei habe. Eine weitere Zeitersparnis bringt die Chattenfunktion. Mit dieser kann ich mit anderen Filialen meinem Vorgesetzten oder der Zentrale direkt kommunizieren. Dadurch, dass ich Bilder anhängen kann, kann ich zum Beispiel Umbauten abmelden oder Schadensmeldungen viel effizienter kommunizieren. Mein absoluter Favorit ist die Schlagwort-Suche. Dabei spare ich Zeit, indem ich nicht mehr einen Ort ansuchen muss, sondern Informationen direkt auf einen Blick im Tablet finde. Ein weiterer Mehrwert liegt beim rollenspezifischen Reporting, was uns ein optimiertes Kennzahlmanagement erlaubt. Zudem können wir in unseren Berichten einzelne Maßnahmen für unsere Filialen ableiten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können diese Maßnahmen abarbeiten und unsere Führungskräfte können sich die Ergebnisse per Knopfdruck anschauen. Dies nutzen wir unter anderem, um umsatzsteigernde Maßnahmen vor Ort zu definieren und zu kontrollieren. Ergänzend zu den manuell gesteuerten Informationen der Fachabteilung haben wir DigiNet mit verschiedenen Schnittstellen im Haus verknüpft. Wir verteilen darüber Daten im Kennzahlenbereich, im Warenwirtschaftsbereich, aber auch Informationen zu diversen Logistikprozessen. Durch die Standardisierung und Digitalisierung von Inhalten und Prozessen konnten wir den Filialbetrieb deutlich effizienter gestalten. Unser Revisionshandbuch wird nun digital verschickt. Dies spart uns enorme Druckkosten. Nun können die Mitarbeiter der Filialen ganz einfach in der Filiale mit dem Tablet im DigiNet das Revisionshandbuch einsehen. Dadurch haben wir natürlich eine enorme Papiereinsparnis. Sehr kostenneutral und sehr umweltschonend. Bei einem Dokument mit 20 Seiten bei zweieinhalbtausend Filialen sparen wir somit fast 50.000 Blatt Papier ein. Durch die Aufgabenstellung erspare ich mir jede Menge Zeit und habe dadurch eine bessere Antwortqualität als wenn ich kein DigiNet hätte. Insgesamt spare ich damit sehr viel Zeit und habe eine enorme Erleichterung im allgemeinen Filialattag mit dem DigiNet. Weillzeitdorf